Hey, ich bin Luis vom normalen Typ. Der kommt da, kommt da. Mein Mixtape erscheint jetzt schon gleich. Ich bin in der Endproduktion. Wer es nicht verpasst hat, es hat einen Track mit dem Baliano drauf. Es hat einen Track mit der Ali drauf, wo wir einen Refrain eingesungen haben. Es hat ein Kinderprojekt gegeben, das sehr gut bestroffen hat. Es hat mich sehr gefreut. Es sind diverse andere Sachen. Du siehst in der Endphase. Ich freue mich schon sehr darauf. Bevor wir es uns vergessen, am 5.4. das Release vom Jasko. Der Schweizeronik Bass. Überall im Handel geht's kaufen. Hammer. Ich habe schon ganz, 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 wenn ich da reinhose, wirklich ein Hammerprojekt. Ich werde auch drauf erscheinen. Ich wünsche allen noch viel Spass. Und dann haben wir uns den Typ. Liebe Bruce, der kommt da, kommt dann.